Dann möchte ich Ihnen mal ein Beispiel Klassenzimmer hier zeigen. Unsere Klassenzimmer sind alle mit flexiblen Möbeln ausgestattet. Flexible Möbel lassen einfach eine schnelle Umbauphase oder in einer schnellen Umbauphase zu, dass ich in Gruppenarbeitssituationen kommen kann. Oder hier, wie hier gestuhlt, in die klassische Frontalunterrichtssituation. Wir haben alle Klassenzimmer natürlich ausgestattet mit Beamer. Wir haben alle Klassenzimmer ausgestattet mit einer Dokumentenkamera, natürlich auch den zugehörigen PC und Internetzugang. Versteht sich, wir rüsten jetzt nach und nach die Klassenzimmer nicht mehr mit Beamern aus, sondern mit solchen Monitoren, wo Sie hier auch perfekt sehen. Der wird danach auch in einem Klassenzimmer landen. Unsere Naturwissenschaftsräume haben wir insgesamt sechs Stück, die alle ganz neu renoviert worden sind. Das heißt, sie sind alle auf einem technisch einwandfreien Stand. Wir haben eine flexible Gasanlage, die von oben heruntergelassen werden kann, dass auch kleinere Schüler die Möglichkeit haben, hier diese Anlage zu benutzen. Wir haben zudem interaktive Whiteboards in den Fachräumen. Und wir haben eine erstklassige Ausstattung, um einen zeitgemäßen und guten Naturwissenschaftsunterricht gewährleisten zu können. Unsere Technikräume, drei Stück an der Zahl, sind hervorragend ausgestattet, die teilweise individualisiert sind für gewisse Metallbearbeitung, Holzbearbeitung. Wir haben CNC-Fräsen, um auch hier einen modernen und guten Technikunterricht gewährleisten zu können. Zudem gibt es PCs nur für den Technikraum, um eben auch Programmierungen machen zu können. Unser AES-Bereich, einmal sehen Sie hier die Küche und Sie sehen den TV-Raum, den technischen Werkenraum, die beide ausgestattet sind. Wir haben aktuell zwei voll ausgestattete Schülerküchen und zwei voll ausgestattete TV-Räume. Und wir haben zudem drei Computerräume im Haus, die mit jeweils zweimal 16 und einmal 24 beziehungsweise 28 PCs ausgestattet sind. Dann ganz neu haben wir jetzt iPads. Wir haben für den Schulverbund 125 iPads, die wir mit unserem flächendeckenden WLAN hervorragend hier im Schulverbund nutzen können. Wir haben die Geräte natürlich auch jetzt für das Fernlernen und können die auch ausgeben. Aber sie sind natürlich dafür gedacht, dass wir mit diesen Geräten auch im Unterricht sinnvoll und qualitativ gut arbeiten können.